Schönen guten Tag, wir haben gesagt, dass wir in Systeme und Netze auch über Rechnerarchitektur sprechen und wenn wir über Hardware sprechen, dann müssen wir auch sagen, wie wir mit dieser Hardware umgehen, wie wir diese Hardware programmieren und welche Sprache diese Hardware spricht, weil wir haben gesagt, die Hardware besteht zwar aus Atomen und diese Hardware, die können wir auch schlagen, aber ob wir da mit dem Schlagen der Hardware auch zu einer Programmierung kommen, das will mal dahingestellt sein, also die meisten haben Zweifel daran und so hat es im Laufe der Jahrzehnte eine Evolution der Programmiersprachen gegeben und es gibt auch den Versuch, diese so etwas in Generationen einzuteilen, also eine Klassifizierung der Sprache in Generationen, gell, und ja, das könnte so ausschauen, wie wir das heute jetzt da machen und erzählen, gell, der eine und andere, dann erzählt das vielleicht auch etwas anders dann, gell, aber auf jeden Fall einig ist man sich, dass am Anfang die erste Generation die Maschinensprache ist, gell, also die Maschinensprache ist wirklich die Sprache der Hardware, die Sprache des Prozessors, gell, und die Darstellung, gell, wenn wir das auf Lochkarten anschauen, auf der Lochkarte, haben wir die wirklich die Löcher, gell, 0 und 1 Bit für Bit dargestellt, gell, und durchziehen wir diese Sprache, gell, und auch die Daten, gell, die diese Darstellung eben binär ist, gell, aber wenn ihr euch denkt, man müsste so programmieren, gell, also da die Karte nehmen und Loch für Loch machen und so, gell, also das wäre hier so ein bisschen umständlich, gell, hat man dann auch so Hilfen gemacht zum Programmieren, gell, der Lochkarten, gell, aber auf jeden Fall, die Darstellung ist eine numerische Darstellung, gell, also das ist dann eine binäre Darstellung, oft geht man diese, ja diese Maschinensprache, gell, oder die Programmingmaschinensprache dann auch hexadezimal darstellen, gell, also das müssen wir dann noch schauen, wie man das macht, das macht man dann in db, die hexadezimale Darstellung der Zahlen, gell, auf jeden Fall ist das eine Darstellung in einem 16er Code, gell, also 16er Zahlen, gell, als Basis 16, und das sind dann eben Wörter, die sind dann mächtiger als dezimale oder gar binäre, gell, aber auf jeden Fall, das ist die einzige Sprache, die der Prozessor versteht, gell, also der Prozessor, wenn der ja ein Programm lädt, muss es in Maschinensprache eben dargestellt sein, und wenn sie in Maschinensprache dargestellt ist, dann kann es die digitale Elektronik dekodieren oder interpretieren, gell, oder wir können sagen, sie versteht es, und wenn die digitale Elektronik das versteht, dann kann der Prozessor ein Programm ausführen, gell, und das ist das Interessante, gell, also das ist die Sprache des Prozessors, gell, das ist also nicht die Sprache, die wir haben, sondern das ist die Sprache, die der Prozessor versteht, gell, also das ist das Interessante, gell, okay, ja, die Wörter, die wir haben, gell, in der Maschinensprache sind die Maschinenbefehle, gell, und, ja, was da genau interessant war, das ist, also, als, ja, als die Leute mit grauen Bechten noch jung waren und so die, ja, Computerzeitschriften angeschaut haben, gell, das gab es damals schon, so Computerzeitschriften, gell, aber damals war es so, dass das Internet noch nicht verbreitet war, gell, also Internet, da hat man zwar von Netzen gehört, das soll es in Amerika geben und so, gell, bis Internet, aber das war bei uns in Europa noch nicht verfügbar, gell, geschweige denn in Südtirol dann, gell, und, ja, und damals war es auch noch nicht so, dass es die CDRAM gegeben hat oder die DVD, gell, also als Datenträger hat es damals eben schon Disketten gegeben, aber Disketten waren so furchtbar unsicher, die konnte man nicht irgendwo mit einer Zeitschrift verpacken und verschicken, gell, also, da wären dann die meisten Disketten wären dann kaputt gewesen, wenn man gekommen und diese Disketten da, diese, ja, Magnetträger dann da alle zu beschreiben, das wäre aufwendig gewesen, das hat man also nicht gemacht, also haben die was anderes gemacht, die haben einfach Programme hexadezimal in die Zeitschrift geschrieben, gell, und da konnte man sich dann hinsetzen mit einem, ja, mit einem hexadezimalen Editor das Programm abschreiben, gell, also hexadezimale Zahl für hexadezimale Zahl schön brav abschreiben, gell, und am Ende hat man das dann abgespeichert, und dann hat man lauffähiges Programm gehabt, gell, also das war ja eine coole Sache, gell, okay, also da, ja, da war nicht langweilig, gell, da hat man sich da schon die Zeit vertrieben, indem man Programme in Hexcode abgeschrieben hat, gell, also das war, ja, war halt mal so, gell, also leider habe ich das alles weggeschmissen, gell, sonst konnte ich es euch zeigen, gell, also, aber, natürlich ist das die, ja, ist das wichtig, gell, die hexadezimale Darstellung eines Programms, gell, also das sind dann, ist die Maschinensprache, gell, die Maschinensbefehle sind die einzelnen Befehle, gell, ja, eigentlich sehr schnell hat man dann, ja, G2 entwickelt, gell, oder, ja, gleichzeitig, oder vielleicht war es auch vorher, bis, und dann hat man erst den Maschinencode dazu geschrieben, auf jeden Fall der Assembler, gell, der Assembler ist jetzt keine Sprache mit, ja, Fähigkeiten, mit Konstrukten, die darüber hinausgehen, über den Maschinen, über die Maschinensprache hinausgehen, weil der Assembler eine 1 zu 1 Darstellung der Maschinensprache ist, gell, das heißt, jeder Maschinenbefehl hat einen Assembler-Befehl, gell, und die gehören 1 zu 1 zusammen, gell, und, ja, was hat man da gemacht, da hat man dann einfach, ja, so wie der Tolomei, gell, der Tolomei hat den Bergen und Dörfern und den Leuten, gell, einen Namen geben, gell, also der hat dann eine Liste von 8000 Übersetzungen gehabt, gell, und hat dann jeden anderen Namen gegeben in einer anderen Sprache, und der Assembler macht das genauso, gell, also jedem Befehl der Maschinensprache, der ja numerisch ist, hexadezimal oft dargestellt, gell, gibt man einen Namen, gell, und zwar einen Namen, der leichter ist, gell, also der Tolomei, gell, ja, der hat also den Südtiroler Bergen da italienischen Namen gegeben, gell, also das, ja, das hat er sicher gut gemeint, gell, also hat dann einen alten italienischen Namen gegeben, gell, damit man das halt auch auf Italienisch besser versteht, gell, also ja, gell, oder auch nicht, wer weiß, wie das macht, gell, gell, auf jeden Fall, gell, ist der Assembler nichts anderes als eine 1 zu 1 Übersetzung eines, ja, der Maschinensprache in Assembler, gell, und da gibt man einem Assembler, einem Maschinenbefehl, dann einen für uns lesbaren Namen, gell, also keine Einführung von neuen Konzepten, sondern nur von neuen Namen, gell, Dolomé hat auch keinen Südtiroler erfunden, der hat ihm nur einen anderen Namen gegeben, gell, und wenn wir da mal schauen, gell, also, ich bin da, ich bin da auf Wikipedia, habe einen Prozessor geöffnet, und hier sind ein paar Beispiele drinnen, gell, da haben wir zum Beispiel, naja, Z80-Sprache, gell, Assembler, für den Transportbefehl, gell, lade den Inhalt des Registers C in das Register A, gell, also das durch ein Transportbefehl, der also den Inhalt des einen Registers im Prozessor, im Mikroprozessor, in dem Fall beim Z80, in das andere Register lädt, gell, also durch ein Transportbefehl, lade, gell, so, und, naja, der dazugehörige Maschinenbefehl ist 7,9, gell, nur dass ihr es wisst, 7,9, gell, okay, und, naja, der Z80, der hat 700 solcher, gell, also da müssen wir uns 700 solcher Maschinenbefehle merken, um dann in Maschinensprache programmieren zu können, gell, und da tun sich viele doch mit dem Assembler leichter als mit der Maschinensprache, gell, also das ist einfach für uns einfacher lesbar als 7,9, gell, oder lauert, gell, das A dorthin, wo, ja, im RAM, gell, und zwar an die Stelle mit der Adresse, die im Doppelregister BC steht, gell, und, ähm, ja, der dazugehörige Maschinenbefehl ist 02, gell, ist ja logisch, oder, gell, ja, ganz einfach, ja, ja, logisch überhaupt nicht, aber die Elektronik versteht's, das ist das Interessante, gell, ja, also, äh, für uns ist es einfacher lesbar, und was ist wichtig, gell, gell, also Assembler und Maschinensprache sind beide Prozessorabhängig, gell, also, es gibt zwar Familien von Prozessoren, die aufeinander aufbauen, gell, und dadurch auch vor allem rückwärtskompatibel, ähm, eine, ja, die Maschinensprache, Assembler älterer Prozessoren dann vielleicht verstehen, gell, ganz berühmt sind da eben diese Intel 8086-Reihe, gell, die man damals vor, ja, 40 Jahren oder so, äh, gehabt hat, und woraus dann 3B-M-PC, gell, also die Grundlage des 3B-M-PCs ist eben Intel 8086, und die Sprache dieses Intel 8086, die Maschinensprache und Assembler sind die Grundlagen aller weiteren Intels geworden der letzten 40 Jahre, gell, aber jede Generation hat irgendwo einen eigenen Assembler und Maschinensprache, und vor allem wenn man dann Hersteller wechselt, dann schaut es auch ganz anders aus, gell, also da, wenn wir schauen, da haben wir eine Intel, und da einen C-Log, gell, und da beim Intel steht der Move A-C, und Load A-C, gell, schaut ganz anders aus, gell, und, ja, auf jeden Fall, gell, also Assembler und Maschinensprache drücken dasselbe aus, gell, aber für einen bestimmten Prozessor, für einen bestimmten Prozessor, für eine Hechtwerk, gell, und, naja, das ist eine tolle Sache, gell, dann wird es den Programmieren niemals langweilig, gell, also das, ja, gell, also damit es den Programmierer nicht langweilig hat, gell, hat der, ja, Hechtwerkproduzent gesagt, gell, also jeder Prozessor bekommt seine eigene Sprache, gell, und, naja, diese Sprachen, Assembler, Maschinensprache, die sind dann eins zu eins, gleichwertig, gell, aber für einen bestimmten Prozessor, von der Hechtwerk, Hechtwerk, abhängig, gell, wenn man jetzt einen speziellen neuen Prozessor hat, gell, und man will damit arbeiten, dann braucht man auch einen Übersetzer einer Sprache dorthin, gell, also da kann man dann einfach sagen, ja, neuer Prozessor, gell, funktioniert alles gleich, gell, ja, Intel hat das eigentlich gut gemacht, Intel hat da die letzten 40 Jahre gerade, was da im Bereich der, ja, IBM-kompatiblen PC ist, da raus mit der Hechtwerkompatibilität, und mit dem Verstehen älterer Codes, dann eben wirklich die Grundlage des eigenen Erfolgs geschaffen, gell, so, jetzt kommen wir zur Hochsprache, gell, ja, wir sind an der Schule, gell, und in der Schule wird Hochsprache gesprochen, gell, also da gibt es kein Wenn und Aber, und die Hochsprache bei Programmiersprachen bedeutet, dass wir jetzt keine Sprache mehr haben, die von einem Prozessor abhängig ist, sondern wir haben eine künstlich erschaffene Programmiersprache, eine Programmiersprache, die abstrakter ist als der Prozessor, gell, und abstrakter als die Maschinesprache oder der gleichwertige Sammler. Eine Hochsprache ist für uns geschaffen worden, gell, die soll uns unterstützen beim Entwickeln, gell, also für uns Entwickler, nicht für die Hardware, weil die Hardware versteht das nicht, gell, das muss übersetzt werden, gell, und, ja, übersetzen, gell, übersetzen tun wir ein Programm in Hochsprache mit einem Compiler oder mit einem Interpreter, gell, und, ja, darüber werden wir dann noch reden, gell, aber jedenfalls brauchen wir einen Übersetzer, gell, und, ja, gegeben hat es die ersten Hochsprachen, so kurz nach 1950, gell, also da gab es die erste Sprache, Compilersprache, das war die Sprache A, gell, später gab es B, gell, später gab es C, gell, und dann gab es lange nichts mehr, gell, zumindest nicht in dieser Reihenfolge, und, ja, Hochsprache, gell, also die, ja, das sind abstrakte Sprachen, gell, die beinhalten also Konzepte der Programmierung, die der Prozessor nicht kennt, gell, die muss man übersetzen, gell, und solche Konzepte, gell, das sind zum Beispiel die Konzepte der Strukturen in der Programmiersprache, gell, das sind so, ja, Schleifen oder Alternativen, einfach oder mehrfach, gell, also ihr habt ja alle schon etwas programmiert, gell, da habt ihr gesehen, da gibt es Alternativen, gell, fragt man ja, ist etwas so, dann mache ich das, sonst mache ich was anderes, gell, okay, und, oder auch nicht, gell, also sowas, gell, das sind eben diese Strukturen in der Programmiersprache, die gibt es in den Hochsprachen, gell, und, ja, in, oder zum Beispiel unter Programmtechnik, gell, also dass man da einen Programmabschnitt hat, den kann man aufrufen, wenn er fertig ist, können wir zurück machen, dort weiter, wo wir waren, gell, gell, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, gell, oder, ja, also zum Beispiel auch Klassenobjekte, Sachen, objektorientierte, gell, also manche sagen, objektorientierte sei gar nicht G3 hier von der Generation, aber das würde ich schon zusammenlassen, gell, gell, und Beispiele für solche Sprachen, gell, sind eben so die altbekannten, gell, also A, B, B, C, B, C, C++, gell, ja, Java, Pascal, und so weiter, gell, also so lauter Sprachen, gell, wo man einen Programmablauf definieren kann, gell, und wo man dann auch Daten darstellen kann, gell, und mit solchen, äh, Programmiersprachen kann man dann allgemeine Programme entwickeln, gell, sind nicht alle gleich gut für alles, gell, haben verschiedene Eigenschaften, die anderen sind für diese Umgebung entwickelt geworden, andere für die anderen, gell, aber auf jeden Fall sind es eben die am weitesten verbreiteten Programmiersprachen, gell, also die meisten Leute arbeiten irgendwo mit dieser Generation von Programmiersprachen, gell, ja. Kommen wir zu den nächsten, also die nächsten, die sind eigentlich sehr interessant, und zwar sind es irgendwo anwendungsbezogene Programmiersprachen, also nicht Programmiersprachen, die allgemein eingesetzt werden sollen, sondern Programmiersprachen für bestimmte, äh, Zwecke, gell, also oft sind es dann auch so Deskriptive Programmiersprachen, gell, Deklarative, gell, aber dazu kommen wir noch, auf jeden Fall sind es Sprachen, die bestimmte Zwecke erfüllen, das ganz gut können, gell, aber nicht für allgemeine Programmierung, dann irgendwie, ähm, angewendet werden können, gell, und, äh, ihr kennst du eigentlich, ähm, ja, eine dieser Sprachen, die ist sehr berühmt, gell, das ist eine Sprache, äh, die man in Datenbanken verwendet, gell, also ihr habt ihr Datenbanken da mit diesem Microsoft Access da gemacht, gell, habt ihr da mit der Maus gearbeitet, aber der Professor hat euch gezeigt, hinter diesen zusammengelegten, geklickten Lösungen, dort gibt es auch Abfragen in einer Sprache, die man SQL nennt, gell, und SQL, SQL eignet sich nicht für die Programmierung eines Spiels, gell, oder einer allgemeinen Anwendung, gell, aber SQL eignet sich gut, um Datenbankabfragen zu machen, gell, also typischerweise Dinge aus der Datenbank zu lesen, oder auch Dinge in die Datenbank einzutragen, gell, gell, das kann man mit SQL sehr gut, gell, also in SQL ist das sehr, sehr schön programmiert dargestellt, und, äh, mit SQL als Sprache kann man solche Datenbankabfragen sehr schön machen, gell, oder, ein anderes Beispiel, gell, in der Schule, gell, gibt es in den Labors für Elektronik und Automation eine Lösung, die heißt LabVIEW, gell, LabVIEW von National Instruments, gell, National Instruments ist eigentlich ein Hardwareproduzent, und der hat vor Jahrzehnten so mal drüber nachgedacht, und hat da gesagt, naja, eigentlich das da mit der Programmierung, gell, also meine Elektronikingenieure, gell, die kennen es ja schon aus mit Elektronik, aber nicht alle, gell, sind so toll beim Programmieren, oder so, gell, also erleichtern wir es da, und da, ja, da haben sie dann ein System entwickelt, da RAT haben sie es genannt, gell, und damit kann man, ja, mit einer Maus, grafische Elemente einer Programmierung zusammen klicken, gell, und man hat dann die Unterstützung für die Hardware von National Instruments, hat dann auch die Interfaces, gell, wo man schön einlesen oder rausgeben kann, und das kann man dann mit bestimmten Elementen dieser Programmiersprache, Labio, schön zusammen klicken, gell, man hat da auch Konzepte im Schleifenkonzept, gell, oder, ja, Unterprogrammkonzept, gell, bis hin, ja, für alle möglichen, gell, objektorientierte Konzepte auch, gell, und dieses National Instrument, Labio von National Instrument, gell, ist auch keine allgemeine Programmiersprache, da kann man nicht allgemein Programme machen, aber man kann wunderbar auf die Hardware von National Instruments oder auch von anderen Hardware dann zugreifen, gell, also das ist das Coole dabei, gell, also wir haben für elektronische Schaltungen eine eigene Sprache, wie wir dann die Ergebnisse interpretieren können, oder auch Dinge ansteuern können, oder so, gell, also das ist eigentlich eine feine Sache, dieses Labio, gell, ja, und dann haben wir noch etwas, gell, wir haben jetzt sehr hohe Programmiersprachen, gell, also die Programmiersprachen, die gehen jetzt in Richtung künstliche Intelligenz, gell, ja, so, jetzt wird's lustig, gell, also, so, also, jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Informatik fast religiös wird, gell, also da gibt's Leute, die glauben an das KI, an die künstliche Intelligenz, andere glauben nicht so dazu, gell, und ich bin da auch so ein Ungläubiger, Thomas, gell, gell, also ich sag, die künstliche Intelligenz, die sitzt vor dem Computer, gell, also künstliche Intelligenz ist nichts anderes als kickte Algorithmen, die eben bestimmte Dinge auswerten können und Entscheidungen treffen können und vielleicht auch bestimmte Dinge effizient berechnen können, gell, die irgendwo undurchsichtig werden, gell, und dann gibt's, gell, die Marketingabteilung als Unternehmen ist, die sagen dann, das ist künstliche Intelligenz, gell, dann, wenn's jemand nicht mehr versteht, dann muss künstliche Intelligenz sein, gell, aber die künstliche Intelligenz, die ist nicht so künstlich, die sitzt vor dem Computer, gell, das darfst du niemals vergessen, die künstliche Intelligenz, das seid ihr, ihr habt einen Algorithmus entwickelt, der Entscheidungen treffen kann, richtig oder falsch, ist dahingestellt, gell, also wenn der Tesla Autopilot unseren LKW durchführen wollte, gell, da war die künstliche Intelligenz nicht so intelligent, gell, gell, aber es gibt schon Dinge, gell, also zum Beispiel, ähm, ja, ja, zum Beispiel Südtirol ist ein Land der Äpfel, gell, also, ja, jeder zehnte Apfel in Europa, mehr oder weniger, kommt aus Südtirol, gell, gell, also würden die unsere Äpfel, gell, den Südtiroler Dialekt exportieren, gell, dann würde es bald kein Englisch mehr in Europa geben, gell, ja, auf jeden Fall, der Südtiroler Apfel, der muss ja begutachtet werden, gell, bevor er verpackt wird, gell, also der kann die große, große Kühlhalden, gell, Magazine, und diese Magazine, die werden dann im Laufe des Winters geleert, gell, also immer wieder verkaufen wir dann mal ein paar Äpfel, gell, aber das Interessante dabei ist, mhm, die können wir nicht alle gleich verkaufen, gell, weil die Äpfel, die können wir ja schön einlagern, aber, ähm, naja, also nicht alle sind gleich schön, gell, also da gibt es solche, Sachen, die sind mehr und andere, die sind weniger schön, gell, ja, mit den Äpfeln, gell, ist das so eine Sache, gell, das ist so wie, da gibt es mehr oder weniger, äh, ja, schöne, auch auf der Welt, gell, und das ist auch bei den Äpfeln so, gell, und, äh, bei den Äpfeln, da, ja, da gibt es so Kategorien, Kategorie 1 zahlt man ein bisschen mehr, Kategorie 2, die haben ein paar Mal eins links, eins rechts bekommen, gell, die sind immer so schön, gell, und, äh, ja, das muss man ja auch kennen dann, gell, was machen wir dann, gell, ja, da setzen wir einen hin, gell, der soll das sortieren, gell, mhm, das ist jetzt ein Problem, gell, gell, weil wenn man da einen sitzen und der das sortiert, gell, gell, der kostet, gell, der arbeitet nur 8 Stunden und dann geht er nach Hause, gell, zwischendurch will er eine Pause machen, der arbeitet nicht 8 Stunden durch, gell, ja, schrecklich geht die Welt zugrunde, gell, mhm, also hat man sich das überlegt und hat heute Kamerasysteme, gell, Kamerasysteme, die schauen sich den Äpfel an, gell, und, und wenn da der Apfel durchkommt, gell, und das ist schöner, dann lass es ihn laufen, gell, wenn da aber einer durchkommt, der jetzt nicht so ganz hineinpasst, gell, so, ja, faule Elemente gibt es auch unter den Äpfeln, gell, gell, was machen wir dann mit den Apfeln, gell, den geben wir herausholen, gell, oder wir geben ihn vielleicht noch, wenn er brauchbar ist, zu den Äpfeln der Kategorie 2, gell, also da, wo man immer hofft, dass vier schöne Äpfel drinnen sind, aber da ein bisschen erschlagen ist dann immer zumindest einer schon, gell, also vielleicht auch mehrere, gell, ja, also das, das macht man dann, ja, automatisch, maschinell, gell, jemand sagt, das ist künstliche Intelligenz, gell, ja, ja, spielt bearbeitet, die, gell, die gehen die faulen Stellen suchen, gell, auch von Apfeln, gell, ja, und das ist nicht so einfach, gell, aber es geht, gell, also da Äpfel aussortieren, gell, das macht immer einer acht Stunden lang, gell, bis ihm die Augen wehtun, gell, das macht die Hardware, gell, und der macht das recht gut, 24 Stunden durch, wenn es braucht, gell, alles kein Problem, gell, und das mit der künstlichen Intelligenz, gell, also da gibt es auch Konzepte des Maschinenlernens, gell, also mit Versuch und Irrtum, gell, also, wenn die, 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 ja, die Lösung, gell, selbst dazulernen, so, lui, 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 das ist gefährlich, gell, also, nicht beim Autofahren probieren, gell, also, das ist dann auch wie in der Sache, gell, so, auf jeden Fall, das sind so die Generationen der Programmiersprache, gell, gell, und, ja, je niederer da dieses, äh, diese Generationen ist, umso weniger abstrakt ist das, gell, umso mehr an die Hardware gebunden, gell, also Maschinensprache versteht nur der Prozessor, gell, äh, ja, die Humans, wir dann, ja, das Böses schon, schon, es gibt Leute, die, gell, die lernen Maschinensprache, gell, gell, mhm, okay, können wir machen, gell, ich schalte ein bisschen laufendig, gell, es gibt auch solche, die haben ein Betriebssystem debakt und haben nach nicht dokumentierten Maschinenbefehlen gesucht, gell, 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 sind fündig geworden, ist auch interessant, gell, gell, oder, Assembler, dann ein in Worten gefasste Darstellung eines, einer Maschinensprache, gell, sehr nützlich, gell, 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 also, es ist einfacher, LD sich zu merken als der 79, gell, mhm, oder, ja, dann geht es weiter, gell, auf jeden Fall Assembler, Maschinensprache sind gleichmächtig, sind eins, zwei, eins abgebildete Schwierigkeiten, Hochsprachen, sind die Sprachen, gell, die wir, äh, verwenden, die sind am meisten verwendeten Programmiersprachen, sie sind der dritten Generation, gell, schon sehr abstrakt, gell, viele Konzepte, gell, die kann man austauschen, gell, äh, von einer Sprache in einer anderen, gell, also die Kontrollstrukturen und auch die Daten und so, gell, aber auf jeden Fall zur allgemeinen Programmierung das richtige Instrument, Generation 4, anwendungsbezogen, gell, gell, okay, also, das haben wir dann die Beispiele gesehen, SQL, gell, oder in der Schule, gell, weil wir eine technische Schule sind, dieses Labio von der National Instruments, gell, das ist eine ganz interessante Sache, dann, mhm, oder, dann, K, oder Sprachen, die Richtung KI, gehen, gell, okay, ich bin der Ungläubige, gell, glaub nicht daran. guck 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 Vielen Dank.